Bevor du dieses Video anschaust, empfehle ich dir, die vorherigen Teile anzuschauen, denn dann kannst du besser nachvollziehen, um was es sich hier handelt. Also viel Spaß beim Schauen. Was macht man an einem schönen Sonntagmorgen, wenn man gestern Nacht kaum geschlafen hat? Man fährt selbstverständlich zum Eduard, um an den Fahrzeugen zu schrauben. Aber wie es aussieht, hatte nicht nur ich eine lange Nacht, denn momentan ist keiner da. Wir können schon mal schauen, was ich dabei habe. Die riesige Box mit den ganzen Teilen, die wir heute verbauen werden. Eine neue Sitzkonsole, bzw. die Laufschienen, Querlenker, einmal neu bitte, und die Spurstangen. Eduard, wo bist du? Guck dich mal denen, wer kommt denn da zu spät? Ja, ich wusste, dass das kommt. Wir sollten das genau erklären mit den Spacern. Ich mach jetzt ein bisschen leer. Alles okay. Gut. Wo sind die Spacer? Wo ist das Ding der Original? Genau. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist das Ding wird entfernt, weil wenn der Spacer hier drauf ist und dann das Ding wieder drauf ist, tut das Ding, hier die obere Scheibe, wieder die Längsäule verhindern, noch weiter reinzugehen. Das arbeitet ja dann wie ein Anschlag hier, deswegen kommt der raus, dann wird der einfach hier direkt so eingeschraubt und der Spacer sitzt dann hier so zwischen. Das bringt uns das, dass die ganze Lenkstange, die hier drin ist, weiter eintauchen kann, bis zum Zahnradende, weiter eintauchen kann und auch wiederum weiter rauskommen kann, dementsprechend auf der gegen anderen Seite. Das bringt was, da neigt sich der eine Reifen weiter nach außen und der andere Reifen bleibt halt in der Serienposition sozusagen. Aber dadurch hast du halt diesen Effekt, wenn du das Lenkrad loslässt im Drift, dass dein Lenkrad von ganz alleine in entgegengesetzte Richtung weiterfängt zu lenken. Mhm. Genau. Cool. Hat dir schon jemand gesagt, dass du schöne Hände hast? Wie eine Beauty-Blockerin. Die Drift-Performance-Reifen sind schon drauf. Wir wollen nämlich einen Burnout machen gleich. Aber bevor wir mit dem Burnout loslegen, habe ich hier ein Duck-Dell noch mitgebracht und den werden wir jetzt erst mal montieren. Nieten. Bei? Because Racecar. Yes. Mit 45 PS. Wie schnell kannst du fahren? 300, ne? Schaffst du? Klar. Ja, klar. Ja, klar. Dann lieber die ganzen dicken Nieten, oder? 300 Schaffst du locker? In drei Stunden. Ja, weil sonst Duck-Dell. Oder wollen wir das mit dem Duck-Dell lassen? Was lassen? Oder meinst du, es ist schon ein bisschen zu spät? Na ja, so sieht's aus. Hör auf aufzunehmen jetzt. Du hast die Aufnahme gedrückt. Nein, nein. Lass mal, lass mal. Lass mal, ey. Licht anmachen, Schulterblick. Eins nach dem anderen. Das war das, wo du aufgesetzt hast, Stars. Jetzt wirst du nicht mehr aufsetzen, Stars. Ja, wir sind jetzt zu dritt im Auto. Was erwartest du? Lass uns noch tiefer drehen, Stars. Ach du Scheiße, jetzt aber. Ja, das war versprittend. Du hast ihn so voll gemacht. Oh, shit, Arthur! Danke. Hey, das geht nicht. Arthur muss aussteigen. Das ist ja, wir sind nicht mehr auf. Das war's für heute. Wir sind wieder in der Werkstatt und wie ihr bestimmt schon gesehen habt, kann unser 316 Kompakt auch mit einem geschweißten Differenzial einen Burnout, was für enorme Leistung spricht. Das waren zwar diese schmalen 155er oder 145er Reifen, aber dennoch haben wir ordentlich Qualm gemacht. Jetzt wird auch die Spur eingestellt. Erstmal wird der Fokus eingestellt, dann wird die Spur eingestellt und dann machen wir auch ein paar Driftaufnahmen. mit einem Lenkwinkelerweiterungskit. Low-Budget-Kit. Eduard, zeig mal den Lenkwinkeleinschlag. Uh, einmal. Hm, meinst du es hat was gebracht? Ich bin bereit. 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 Ich bin bereit.